Okay, das geht schon mal. Dankeschön. Achtung, steht da auch noch einer, siehst du. Das ist jetzt doof, ja. Geht weiter, ah, 0 reicht schon, okay. Nur Ärger hier mit der scheiß Personal Union. Mann, Mann. Hö, das ging schnell. Ja, das ging schnell. Na gut, da gibt es bald eine fette Koalition für Stich. Wir können jetzt gleich mal da rüber. Wieso machst du das so umständlich? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ach, Moment. Kann ich auch so machen. Das nehm ich, danke. So, kommt der schon mal nicht in die Koalition rein. So, Belang von Nürnberg gewonnen, sehr schön. ig. Ähm. Wie weg? In der Stadt war auch gleich zu Ende, okay, müsste ich hier mal langsam Frieden machen. Amen. Auch mit Landshut. Jetzt hört man alle auf, hier mit Landshut Dings zu machen. Zechlum. Kein Satan mehr. Passt. Flott ist auch Clash da, wunderbar. Okay. Quantitätsidee, oder? Ja, ich gehe jetzt mal nicht, Similität. Das ist wichtiger. Ich lasse mir noch kurz die Belagerung drauf. Okay. Passt. Korsinische, Nutznis und Korsamische und Ingolstädtische. Hallöchen. Schön Bündnis kündigen. Wieder verpasst. Oh, die sind mit der Pfahls verbündet. Das ist sehr gut. Mailand, Rodenmoor, Köln. Weil ich das Zeug immer viel zu schnell wegklicke. Ich verpasse schon mal die Hälfte. So, okay, erstmal ein Update. Auf die Lanzenträger. Gründrücke. So. Oktober. Oktober. Steilmarkt Camerons. Ei, ei, ich will dir diese Motto-Überdehnung hier. Gar nicht schön. So. Ei, ei, ei. Diese ollen Dinge sind immer hier sehr nervig. So, ach, machst du die da oben? Das ist aber nett. Ist sehr freundlich. So. Darlehnt zurückzahlen. So. Oh, ich habe gar keine Rekunen da selber mehr gleich. Das ist nicht. Oh, warte mal. Waffenstillstand. Und... Habe ich hier wieder verpasst. Wer war denn das jetzt? Äh, Rodenburg glaube ich, ne? Hmm. So. 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 schau mal dass man die falls irgendwie schnell rauskriegen müssen hast ja vergessen ja das ding abzugeben mist so ein ist es ist so ich wollte mir mal das eine markieren hier das brauche ich glaube ich noch vielleicht gibt er uns das ja zufälligerweise mal so 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 abfangen go go ich gucke leute hier ich stehe jetzt der sehr nervig unterstützen sie alle meinen untertan darf ich nicht wahr sein das ist aber sehr ehrlich ich glaube ich muss sie wieder frei lassen habe ich das gefühl nicht dass die mal auf dumme ideen kommen ach das ding ist schon gefallen hier sehr gut was für ein gewusel hier oben schlüp schlüp ja jetzt macht er dies für mich alles alles gerade wo willst du hin komme hier rüber natürlich nicht werden das bänden werden war ja auch gleich den krieger klären landzug werden der nächste 35 ok könnte mal den vertrag mit mailland das muss es sein augsbockfleisch noch so 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 jetzt hier so nicht so gut kommen von dir aus kriegen die leute habt ihr mehr so viel so ist das war wieder brav sehr schön naja die isländischen kommt gleich wieder jeder geht doch mal hoch wenn gleich die rebellen kommen ok so schauen ob es reicht noch nicht ganz na gut in frankfurt da so Dankeschön. Wir haben den ja auch erledigt. Da oben der Lüttich noch. Was hast du machen? Oder du? Du gehst mit... ach da komme ich gar nicht hin. Okay, schon besser. Lanzhut, ach so, 35 erst, okay. Das ist echt doof hier. Dass das jetzt so negativ sich ausgewirkt hat. Blöde Osmane, ey. Werde ich auch nicht so einfach runterkriegen, schätze ich. Könnte eine kaum abschöpfen. Ah, das will ich eigentlich auch nicht. Was kosten die Unterstützung? Auf 86, okay. Problem wird es sein, dass sie trotzdem weiter unterstützen dann wahrscheinlich. Schätzungsweise. 5%. 5%. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 10. 10. weiter zu wachsen okay doch da kann man hoffen dass die das wieder lassen dann mit der unterstützung so rhodenbohr geben sie mir doch mal rhodenbohr nein schweiz auch nicht aufgeben ok kommen ja ein Siedt auf. Zahn. ok die nur wegen haben wir direkt weg gemacht sehr gut da zieht sich ja echt hier alles achte oben werden ganz vergessen sehr gut ich müsste mal eben bisschen frieden machen wo der nächste krieg kommt da dauert noch ein paar jährchen sehr gut na toll bitte gern auch die religion durchsetzen aber das kann ein bisschen schwierig erst 58 50 hmmm 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 nicht so der rest der welt was sind hier hinten so los bank an ist ganz schön riesig geworden wir sind gar ein bündnis machen portugal hat auch ganz schön was eingenommen an kolonien das ist aber schon gewisses freiheitsbestrebende könnte man die unabhängigkeit unterstützen nur noch der erst mal der andere hat wieder aufgehört offenbar noch 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 vor noch wenn sich so lange dauern wurde ja mit den ganzen festungen das wäre schön schön so kann das für mir ist irgendjemand noch erobern da die jana mäuse